Norddeutscher Rundfunk 2021 Na klar, guck ich zu. Du warst doch der Nebauer. Ruhe wollte ich eigentlich. Ein bisschen Ruhe. Hallo Frau Stuppe. Hallo Frau Stuppe. Na ein bisschen schon. Oh, wie geht's dir? Hallo, schönen Tag. Gürsten. Da kommt rein. Tag, ich bin der Dani. Was macht man denn mit euch? Ich hab ja nicht so viel. Hallo. Unszenische Aufgeräumte. Immer noch so froh, Leute. Dani, oh, was Neues. Man verändert sich. Wirklich. Gut, dass du da bist. Ja, rat mal, was wir jetzt brauchen.